Ein Speed-Mentoring ist ein Mentoring im Kurzformat. Dabei setzen sich Mentoren aus unserem Netzwerk für einen Nachmittag mit Startups zusammen und geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. Die Gesprächsrunden dauern jeweils 30 Minuten und nach 30 Minuten kommt ein Gong und die Mentoren ziehen quasi an die nächste Gesprächsinsel weiter und tauschen sich mit dem nächsten Startup aus. Dabei sprechen die Mentoren und Startups über alles Mögliche, was das Startup in ihrem Arbeitsalltag so bewegt. Ziel ist es dabei, Erfahrungen auszutauschen, neue Impulse zu geben und gemeinsam innovative Lösungen zu finden. Dabei profitieren die Startups von und die Mentoren genauso. Mentoren stammen in der Regel aus Mitgliedsunternehmen der Wissensfabrik und Startups können mitmachen, ganz egal aus welchem Fachbereich oder welche Branche sie kommen. Wichtig ist, dass sie bereits Gründungsabsichten haben.